Die Früh ausstehen Morgen ist Tag der Sonnenbrille. Und ob Sie die morgen zum Tagesstart brauchen, das erfahren Sie natürlich vom NDR Wetterstudio, finden Sie 10 vor 7 und 10 vor 8. Und ob Sie sich dann eine Sonnenbrille oder vielleicht sogar zwei, drei oder vielleicht sogar vier Sonnenbrillen leisten können oder noch mehr, das entscheidet Ihr Wissen. Ich sag nur, 46 bis zu 2250 Euro. Also bis morgen.